Und das ist eventuell eine kleine Öffnung, aber nein, war cool, macht hier direkt den Deckel drauf, rollt und mutiert rein und dann ist das Ding doch wieder schneller vorbei, als man denkt. Und jetzt Protox muss kippen, Ronin kann ihn aufhalten, aber nein, die H8, kippt ihn, oh, reicht das, reicht das, nein, ich hab das Ding schon weggesehen. Durch, aber hat dann ein schlechtes Timing, Jules guckt ihn an, no-scout ihn, oh, bei der nächste Fuse wird auch gekillt, aber Ronin hat eben nur den Siegel, oh, Jules steht am Rande der Smoke, ich glaube, ah, der steht zu spät, aber es reicht nicht. Zwei Egen, fünf Osnabrück hat eigentlich gar keine Chance mehr, zwei MPs hier und ich glaube, wir können es jetzt sagen. Oh nein, der Knife-Kill, der Knife-Kill, um das Ding fertig zu machen, es könnte nicht besser sein. Oh nein, der Knife-Kill.